Die Katze verfolgt mich und wir wissen, die Katze bedeutet Böses. Krieg ich die irgendwie los? Also waren es wirklich 48 Stunden. Wir hatten ja kurze Zeit, 48 Stunden da drin. Naja. Na gut. Der Typ braucht wieder, ja. Wir kriegen ja jetzt die Nikotin-Kaugummis. Wenn ich der Grünschnabel ist. Ich hörte, du hast deine erste Nacht im Loch verbracht. Hat's Spaß gemacht? Könnte wetten, du willst da wieder rein. Nee. Glaub mir, das will ich sicher nicht. Hör zu, Grünschnabel. Wenn ich du wäre, würde ich mich im tiefsten, dunkelsten Loch verstecken, das du finden kannst. Hör mal, mein Freund. Randall Higgs ist kein Feigling. Tja, wenn man dich so anschaut, könnte man zu einem anderen Schluss kommen. Was soll das heißen? Das heißt, sei bei den Schwestern vorsichtig. Ich höre, die sind echt sauer auf dich. Die wollen offensichtlich deinen Kopf auf einem Spieß. War nur ein Spaß, Junge. Keiner will deinen Kopf. Aber vielleicht solltest du dich trotzdem vom einen oder anderen fernhalten. Danke. Übrigens, irgendwas ist anders an dir. Anders? Was meinst du? Hier ist nie irgendwas anders. Also, kommst du immer noch gut an Sachen ran, ja? Das stimmt. Was brauchst du denn? Tja, so einiges. Ich höre, Grünschnabel. Worum geht's? Ich brauch Frittierfett, Streichhölzer und Dünger. Kein Problem. Kannst du morgen alles haben? Ah, dann vergiss es. Das Detail hatte ich vergessen. Hey, ich weiß, was los ist. Du rauchst wieder, oder? Wieder? Hab nie aufgehört, seit ich hier bin. Meinst du nicht, das ist eine schlechte Angewohnheit? Du solltest mal Nikotinkaugummi probieren. Ist auch gesünder. Gute Idee, aber ich hab kein Nikotinkaugummi. Das Einzige, was ich nicht besorgen kann. Ist echt frustrierend. Ich hatte aufgehört, bis ich hierher kam, aber wegen dem ganzen Stress hab ich wieder angefangen. Tja, dann ist jetzt vielleicht der richtige Moment, um aufzuhören. Was mich wirklich ankotzt, ist, dass ich mich echt an den Kaugummi gewöhnt hatte. Hat mir sogar richtig gehend geschmeckt. Tja, dann ist ja heute dein Glückstag, mein Freund, weil ich dir nämlich vielleicht was besorgen kann. Ehrlich? Klar. Du wolltest mir doch ein Panzer besorgen, oder? Dann sind wir quitt. Ein Panzer? Okay. Aber das dauert bis morgen. Ist schon okay. Du kannst mir doch sicher was im Austausch anbieten. Ja, klar. Mh, echt? Ja, klar. Zum Zahnarzt. Okay. Warte mal, Nikotink... Hinter... Okay, da war ich noch nicht. Schachteltyp. Äh, holen wir erst mal. Die Katze. Mann, du blödes Vieh, lass mich endlich in Ruhe. Wie war das? Äh, die Katze... Ist mit dem Tod... ...zusammen irgendwie? Oh, da liegt irgendwas. Ah, Nikotinkaugummi. Perfekt. Meine Lieferung Nikotinkaugummis. So, dann tauschen wir mal ein gegen irgendwas. Hier ist dein Nikotinkaugummi. Wie versprochen. Ha, spitze. Kann ich dir eine Zigarette und ein Streichholz im Austausch anbieten? Okay. Okay, hier. Bitte. Eine Kippe und ein Streichholz. Danke. Hier ist dein Kaugummi. Vielleicht habe ich morgen noch mehr. So, wer ist der Schachteltyp? Hä? Martin, ich bin Randall. Willst du einen Zaubertrick sehen, Randall? Das haut dich aus den Socken. Ähm, ich weiß nicht. Komm schon, Mann. Gib mir einfach irgendwas, das du nicht mehr brauchst. Und ich lasse es verschwinden. Warum muss das was sein, das ich nicht mehr brauche? Weil die magische Schachtel ist für immer dematerialisiert. Das klingt wie ein ziemlich blöder Zaubertrick. Das wissen wir erst, wenn wir es ausprobiert haben. Nicht wahr? Ich habe nichts, was ich loswerden will. Ich gewöhne mich so schnell an meinen Plunder. Du hast doch sicher irgendwelchen Müll, den du nicht mehr brauchst. Aber egal. Wenn du an der Macht der Magie keinen Geschmack findest, ist das dein Problem. Okay, dann mache ich mich mal auf die Socken. Bis dann. Hey, komm schon, warte mal. Sei doch nicht so. Junge, was willst du überhaupt? Ach, weißt du, alle ignorieren mich. Keiner will meinen Zaubertrick sehen. Naja, du bist doch nicht gerade David Copperfield. Ach, komm schon, lass mich nicht betteln. Bitte, ich will meine Gabe mit dem Rest der Welt teilen. Klar. Okay, mir ist gerade was eingefallen. Wie wäre es, wenn du mir was im Austausch gibst? Schließlich werde ich eins meiner Items für immer verlieren, wenn du deinen blöden Trick machst. Also, ich soll dir was im Austausch geben, damit du meinen erstaunlichen Trick sehen darfst. Spinnst du? Okay, na dann. Hab ne Menge zu tun. Man sieht sich. Verdammt, warte. Ja? Na gut, du hast gewonnen. Weiß bloß nicht, was ich dir anbieten kann, mein Freund. Tja, ich kann eigentlich so alles brauchen. Okay, dann bekommst du mein magisches Medaillon. Was meinst du? Magisch? Warum ist das magisch? Wo hast du das her? Na, das lag irgendwo rum. Und dann war's plötzlich in meiner Tasche. Pure Magie. Ich glaube, so verschieden, wie ich anfangs dachte, sind wir beide gar nicht. Ach, du begräbst auch gerne Leute bei lebendigem Leibe? Ähm, das nehme ich zurück. Also, abgemacht? Okay, wenn ich was finde, das ich nicht mehr brauche, dann bringe ich es zu dir. Und du gibst mir dein magisches Medaillon. Noch besser. Du wirst absolut verzaubert von einem obergeilen Zaubertrick. Und dann gebe ich dir das Medaillon. Äh, klar. Wenn du es sagst. Übrigens. Hm. Weißt du, wo ich ein bisschen Fett, Dünger und eine Handvoll Streichhölzer herkriege? Ähm, so Sachen habe ich nicht. Und wenn ich die hätte, würde ich sie mit meiner Zauberkiste verschwinden lassen. Kennst mich ja. Eigentlich nicht. Aber egal. Ja, 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 ja. Also, was jetzt? Bist du ein Zauberer oder ein Illusionskünstler? Das ist nämlich nicht dasselbe. Das weißt du, oder? Äh, ich glaube, Illusionskünstler gefällt mir besser. Okay, Illusionskünstler. Ich bin weg. Haben wir irgendwas, was wir nicht mehr brauchen? Hm. Tut mir leid. Damit geht's nicht. Gut, dann suche ich mal weiter. Die haben wir erst gerade bekommen. Das haben wir auch bekommen. Ähm, Hufeisen. Brauche ich das noch? Schade. Den Ball? Ihr Kumpel, damit geht's, oder? Klar, Mann. Das geht. Gib her. Hier. Jetzt muss ich mich konzentrieren. Die magische Schachtel arbeitet mit magischer Mentalenergie. Ich dachte, du wärst ein Illusionskünstler. Wie meinst du das? Naja, ein Illusionskünstler erschafft Illusionen. Der benutzt keine Magie. Na, du weißt schon. Oder nicht? Schau mal. Willst du den Trick nun sehen, oder nicht? Klar. Kannst kaum erwarten. Dann halt die Klappe und stör mich nicht. Sorry. Du hast den Ball weggekickt. Das hab ich gesehen. Nennst du mich ein Betrüger? Ja, klar. Okay. Du hast mich erwischt. Was hast du erwartet? Echte Zauberei? Ist gar nicht so weit hergeholt, weißt du? Ich bin hier wegen nem magischen Ring, also... Klar bist du das. Monster. Hey, was hast du denn über mich gehört? Ich bin nur der Typ mit der magischen Schachtel. Was weiß ich schon. Egal. Jetzt hab ich ja deinen blöden Zaubertrick gesehen. Dann kannst du mir jetzt auch das Medaillon geben. Abgemacht ist abgemacht. Bitte sehr. Perfekt. Hm, das sieht komisch aus. Sieht aus wie ein Ventil. Ein magisches Medaillon? Eher ein Ventil an der Kette. Na gut, gehen wir mal zum Hinterhof. Okay, wir sind ja jetzt Gärtner. Stelle für Absperrhaaren. Da könnte ich doch so Ventil gebrauchen. Schlauch. Rechen. Trockener Kürbis. Feier, Überbleibsel. Sack. Mach ich lieber nicht. Ein paar Stücke Holz, die zusammengenagelt und in den Boden gerammt wurden. Trock. Total ausgetrocknet. So, kann ich das aufbrechen mit dem Brecheisen? Spinnst du? Das kriege ich nicht mit bloßen Händen auf. Das ist ein Schloss-O-Matic 9000. Das ist bombensicher. Die Katze ist immer noch da. So, wir können schon mal das Laub rechnen. Nein? Nein. Hm, wir können... Da stecke ich meine Hand nicht rein. Da sind Wespen drin. Da sind Wespen drin. Okay. Ja, ja. Was machen wir denn? Ein alter leerer Kartoffelsack. Der Kürbis sieht aus, als würde er schon lange rumliegen. Schachtel Samen. In dem Zustand kann man in den Boden nichts aussehen. Okay. Tja, ich bin zwar kein Fachmann, aber das sieht auch schon ganz gut aus. Jetzt zum nächsten Schritt. Hm, jetzt aussehen. Ja, ich hoffe, da wächst irgendwas. Ich will es aber nicht beschreien. Ach, das kann man einfach so nehmen. Sack voll Laub. Mach mal eine Vogelscheuche. Und setz einen Kürbis drauf. Super. Braucht die Vogelscheuche. Eine Zigarette. Das wird nicht klappen. Tja, da habe ich wohl eine alte Vogelscheuche wieder zum Leben erweckt. Tatsächlich, das klappt. Geil. Ähm, was könnte ich Ihnen noch geben? Hm. Es gibt keinen Grund, das zu machen. Was könnte ich noch probieren? Ähm, Werkzeug. Dafür ist... Okay, damit, äh, abseifen. Das macht... Macht keinen Sinn. Okay, okay. Einfach ab... Wischen. Oh, das geht. Jetzt stinkst du ja fast so wie ein paar von den Insassen hier drin. Vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Vielleicht auch nicht. Gestank ist schwer vergleichbar. Oha. Die Katze. Ach, deswegen ist mir die Katze die ganze Zeit gefolgt. Wegen dem Schwamm. Mit dem... Ratten... Sekret. Oh, jetzt verstehe ich. Ich werde gar nicht sterben. Die Katze wurde nur vom Gestank der toten Ratte aus dem Schwamm angezogen. Dich brauche ich nicht mehr in meinem Inventar. Raus mit dir. Okay. Jetzt haben wir immer noch das Problem... Da stecke ich meine Hand nicht rein. Mit den Wespen. Wie werde ich die... Wespen los? Ich glaube nicht, dass das was bringt. Ich wollte sie ausräuchern. Da stecke ich meine... Ja, ich will auch den giftigen Schnaps da reinstellen. Du steck... Dafür... Drog. Was kann man mit dem Drog machen? Da stecke ich meine Hand... Da sind Wespen drin. Ah, wie werde ich die Wespen los mit dem Streichholz versagen? Da stecke ich... Streichholz. Trockenes Laub. Ich glaube nicht, dass das was bringt. Oh, vielleicht kann ich mir noch mehr nähen. Ja, vielleicht geht das. Tatsächlich. Dann... Trockenes Laub hier. Den Drog. Und mit dem Streichholz anzünden. Räuchern wir sie aus. Das wär's. Verschwindet ihr Drecksriecher und kommt ja nicht wieder. Super. So. Als nächstes. Und jetzt brauche ich den Schlauch. Ka-ching. Aufdrehen. Und den Schlauch nutzen. Mit dem Feld. Okay, alter Junge. Hoffentlich klappt es jetzt. 24 Stunden später. Also am nächsten Tag. Alle haben wieder vergessen, worum es geht. Okay. Heute ist der große Tag. Auf zum Feld. Kaugummi erst mal mitnehmen. Und dann jetzt zum Feld. Ein Kleeblatt. Ich hab's geschafft. Es wächst was und die Kreia hat's nicht aufgefressen. Mann. Ich hab mich nicht mehr so gut gefühlt, seit ich das der Patebox-Set gekauft hab. Und der dritte Teil war nicht dabei. Das ist echt stark. Die Kreia hat's nicht aufgegessen. Okay. Muss sagen, du hast den Test bestanden. Glückwunsch. Von nun an bist du der Gefängnisgärtner. Hier der Schlüssel. Wie versprochen. Danke, Mary. Ihre freundlichen Worte erwärmen mir mein Herz. Hey, könnte ich nicht auch für die Frauenabteilung verantwortlich sein? Du solltest das lieber ernst nehmen, Junge. Der Schlüssel ist eine große Verantwortung. Vergiss das nicht. Sie werden stolz auf mich sein, Mary. Kann ich das Kleeblatt mitnehmen? Tatsächlich, oder? Oh, warte mal. Schlüssel zur Kiste. Ich wusste es. Dieser üble Gestank konnte nur eins bedeuten. Dünger. Ja, her damit. Okay, ich hab den Dünger. Jetzt sollte ich mich um den Phosphor kümmern. Weiß auch genau, wo ich den herbekomme. Brauch nur ein bisschen Geduld. Und woher? Ah. Jeder Tag. Immer ein neuer Tag. Tag 2189. Montag. Randalls Erlösung. Wie ich schon sagte, im Gefängnis wird ein Mann fast alles tun, um seinen Geist in Bewegung zu halten. Wie es schien, war Randys Lieblingsbeschäftigung das Horten von Zigaretten und Streichhölzern. Immer eins nach dem anderen Tag. Ein Tag aus. Schätze nach allem, was er hinter sich hatte, entschied er einfach, dass es nun Zeit war zu gehen. Nun gut, Gefangene, hört her. Wie ihr bereits wisst, haben wir gestern Mr. Randall Hicks in unserer Mitte begrüßen dürfen. Keiner weiß, ob er so eine Art Tabak-Mogul ist oder nur ein Typ, der viele Ressourcen hat. Tatsache ist jedenfalls, dass er einige Gegenstände in seiner Zelle hat, die hier sehr begehrt sind. Deswegen hat er sich gewisse Privilegien erworben. Vergesst das nicht und zollt ihm den notwendigen Respekt. Danke für die Vorlesung, Mr. Schlüsselbrett. Aber die Tatsache, dass wir hier alle vor seiner Zelle stehen, beweist ja, dass wir wissen, wie gut sich Mr. Hicks um seine Freunde kümmert. Uh, ich hab sogar Leibwächter. Nice! Ja, ja, ja. Heute ist der große Tag, ich kann's fühlen. Ich war jetzt lange genug hier drin eingesperrt. Irgendwie traurig, hier einfach abzuhauen. Hab mich richtig in dieses Drecksloch gewöhnt. Egal, Zeit an die Arbeit zu gehen. Mal sehen, was wir alles haben. Seife? Check. Phosphor? Check. Über 400 Pfund Streichhölzer sollten wohl genügen. Frittierfett? Negativ. Rosa Wismut? Nein. Und Dünger? Hab ich schon. Tja, dann muss ich den Rest mal besorgen. Kann ja nicht so schwer sein. Rein theoretisch. Und wieder den Kaugummi mitnehmen. Okay, dann werden wir beim nächsten Mal versuchen, das Frittierfett und den Rosa Wismut zu bekommen. Ich hab mir ein gutes Lager angehäuft. Mit den ganzen Zigaretten bin ich voller Händler. Okay, vielen Dank fürs Zusehen. Like bitte nicht vergessen und ciao. Bis zum nächsten Mal.